Wir wollten halt jetzt auch mal ein paar Fotos mit Menschen zusammen machen, damit halt die Leute auch sehen, dass sie eigentlich nur von Weifen irgendwie im Tierpark sind. Ja, guck mal. Das ist jetzt wahrscheinlich auch mal Spaß. Noch mal ein Video. Ja, das ist gut. Weil sie ist halt super und Magda ist auch so süß. Und man kann auch schön sehen, wie wir alle um sie herum stehen. Und das macht ihnen nichts, ne? Nee. Filmst du noch? Hier wurde ich gerade beschnuppert. Na, wir gehen ja auch gleich Gas hin, ne? Freya, du bist neugierig, ne? Total. Und Odin lässt sich kraulen. Oh, das ist ja so süß. Hi. Sie sind toll. Wie ist die an der Süße? Hallo. Oh Gott. Sie hat aber die an dem Auto. Sie ist so warm. Das ging doch. Das ist noch nicht. So, sag ich kann. Achso. Ich weiß noch, das hängt noch. Aber sie ist so ein Ex-Ende von der. Von der von der Kletter. Die Kletter. Die Kletter. Sie hat also noch mehr. Sie hat auch mit der Kletter. Und Zins. Ich will, wenn der Kletter.